Wie war dein Mann im April das erste Mal hier? Na ja, ich merke, dass hier die Technik ganz anders ist. Man hat das Gefühl, es ist ein riesengroßer Unterschied. Die Ärzte sind, man merkt, sie sind, sie haben Ahnung von allem. Und wie gesagt, man fühlt sich sofort wohl hier und braucht auch keine Angst haben. Ja, Dender Prime, große Familie, wohlfühlen, keine Angst vor dem Zahnarzt haben. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste.